hey Leute willkommen zur nächsten folge von GTA 5 online heute zusammen mit dem abgezockt und mit dem Flo hallo hallo alle 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 so lass mich mal hier runter dann nehme ich dieses Flugzeug perfekt der Jan hat hoffentlich auch ein Flugzeug und wir probieren es natürlich wieder auf dem Ex-Bank Tower zu landen das ist so das Ziel normal wie gesagt habe ich das eigentlich fast immer aber wo steht denn deins also ganz links und jetzt noch links wer ist da ist mein Anger ja stell dich mal daneben Jan oder hinter ist ja zwischenrein am Essen oh das ist ja wirklich voll klar ja mit dem kann man es schaffen okay Leute ich würde sagen ab geht die Fahrt ne hallo stopp ich bin ich war gerade aufs Gras egal egal kannst du auch noch auf die Lande machen ist doch egal ihr hättet ja auch mal eben der der heute eben ja noch wie soll ich kenne ich erwarten komplett durchfahren Let's try it ich steige raus nein oh mein Gott das war das schon fehl Mike ja super ich wollte gehen drücken am FG also du schaffst es schon mal nicht ich habe auch nie jetzt ganz vergessen habe ich war es ist nicht mehr explodiert bei mir zu uns ist auf Autobahn gelandet ja bei mir ist aber explodiert ja ich guck mir das jetzt hier an und wie macht man das überhaupt ein ich bin viel zu schnell kann ich umfliegen ich bin war scheitbar das gibt überhaupt keine allein dein Ding steht da jetzt oben das macht man das Leben schwer ich sehe es ja das probieren das war eine absolute Fail ваш u hörte gut schaff ich wirklich aber ich bin nicht tot er fliegt aber immer noch mit seinem kleinen Flugzeug rum hey wie er mich umfährt scheiße das war ein Bulle ich hab das gar nicht gesehen er fährt er vom Bulle ja der war da so in so einem Flughafen zivil keine Ahnung GG auf dem Auto schaffe ich es doch niemals darüber Oh Jan versucht er wieder auf dem Tauch zu landen ohne mich ich hab's nicht oh das könnte aber auch Auto kann es nicht mehr losfahren also er hat es in die Ecke geschehen ja das ist ja wurscht es ist muss man auch nicht mehr losfahren ja es ist wieder kein Flugzeug hier weil Flugzeug aber ja ich komme da jetzt nicht mehr weg leer Kopfgelder von Mike Wegen dem Bulle auf mich wird das auch viel gesetzten Super 2020 ja auch welcher green kreis erfahr da mal ein bisschen weg weil ich komme gleich noch mehr verhofft ja ich war da auf jeden fall weg warte büro mit fahrzeug verlassen es wird gelöst mal gucken steigt mal schnell ein jetzt brauche ich da irgendwo jetzt über euch wahrscheinlich über uns ja ich bin ich jetzt wieder sicher zu Boden sicher okay ich habe es muss nur ein bisschen noch der Kau Kau weil ich wollte sich gleich so etwas machen brennt er kann ich dich nicht irgendwie killen mit dem Scheißteil dann wir überhaupt was du kannst nur ein Kran rausfahren ja umgekehrt durch den ich um Freunden sind willst du was sinken ach komm mal hier ich schenke ein aber was ihr da jetzt hinten hinten macht will ich gar nicht wissen die Musik ich habe die ausgestellten romantisch oder ja ich habe die ausgestellten komm wir probieren es geht so in die Hose das Ding ist viel zu fett für das nene nene ich glaube ich spring vorher schon mal raus was machst du denn ich drücke jetzt gehen du vertraust mir gar nicht oder ne ihr dürft mir nicht vertrauen geh also ne oder doch alter ah fuck scheiße zum Glück bin ich ausgestimmt und ich habe dich gekillt gut ich würde sagen wir machen ein Rennen ok nehmen wir den Wagner wir haben wieder natürlich ein Verwandlungsrennen das äh ich finde die momentan echt cool jetzt bin ich gespannt aber das kann was werden ich kann halt überhaupt nicht Rennen fahren aber das kriegen wir schon ne ne kann sein dass ich letzter bin wir sind alle nebeneinander jetzt doch probieren was aus aller was soll es für ein Start ja es gibt schon Ende wenn du damit schon wieder anfangen oder dann lässt sich gleich jetzt ja alle unter der Krieg geht es wir haben eine Erfüllung die Fakt so ab bei Autos verabschieden werden ich hätte ich will es nur über die Rechte ja ja ich komme die auch noch nicht ich bin auch noch zu dir und ich komme gar nicht mehr ich hoffe es kommt Hubschrauber und wir haben sie auch sonst aber kann ich überhaupt nicht 0 jahre ja und ich bin hier hinten im letzten Eck Lolo 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 ja da ist er vorbei in der Ereign ich krieg dich er kriegt euch bitte gegenseitig dass ich wieder hier muss jetzt so fliegen wie es da also es muss so umgekehrt daran fliegen so schützt weil er kriegst du so ein Buß junge 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 ich schaff's da bekommen mal kein Buß doch doch dann wirst du sehen wenn du nicht wenn du nicht richtig reinfährst wirst du lange das kann auch sein irgendwas ist auf jeden Fall es ist nichts leichter als das Jahr oder ich bin schon wieder näher ne naja was ist mein zweiter ich habe dich gerade überholt ich nehme die Ideallinie die Eke jetzt hat er mich wieder überholt ich bin schon hey weg da nein ich bin exportiert ja ja komm 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 naja jetzt habe ich halt Alter ja Leute ich hab die Abgänge vor allem Abgänge du bist so knapp hinter mir ach man ey was ist denn das ich hab so Pech ich hab so Pech nein ich seh nichts ich hasse diese Dinge ich auch lolol Boot mein Spezialgebiet absolut ach ne und dann noch Boot ey Jetski halt ey das ist so ein scheiß Renner man bekommt halt aber Alter ich kann gar nicht mehr aufholen man bekommt hier richtig ja ich bin hier richtig Gast man bekommt hier doppelt RP noch momentan und doppelt Money also hier kann man schon ganz gut Money machen bei den Sachen dachte gerade ich wäre hinter euch aber das war nur ein Teleporter super tja ach genau komm 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 zieh Junge wirklich ich hab gar keine Chance mit dem scheiß Ding so langsam ich bin mit den Dinger richtig gut ja weil er einen Trick hat ich hab gar keinen Trick du musst nur zurückziehen das ist kein Trick das muss man mit dem Motorrad auch machen dann ist das auch wie ein Trick keine Ahnung ja aber er kennt es er kennt es anscheinlich weiß anscheinlich das Ding ist wie viel Runden hab ich eigentlich eingestellt ich weiß gar nicht wahrscheinlich 25 eigentlich ich schätz mal zwei ich hoffe dass ich zwei eingestellt hab könnt ihr mal auf mich warten ne was hab ich jetzt auf mich warten wie seh ich denn aus haben das hier hat von der Strecke oder so ja das ist eben Fall Falt mal beide von der Strecke das hier Hardcore-Rennen Allah ich will das Money kommst du eh ah jetzt hey wie nah bist du schon wieder hey Flugzeug hole ich wieder auf hey was hast du denn gemacht der Mike der Mike kann nichts außer Boot nein ohne Scheiß ich bin ganz normal geflogen auf einmal war der voll hinter mir alles klar soll der Scheiß denn das Betrug gibt's da irgendwie auch ein Trick oder was bin so ausgeschlossen ich muss sie irgendwie weg ich muss sie irgendwie weg ich muss sie so sein ich werde kein kein Gewerker es hat sich sehr gibt's da nicht einer von euch muss jetzt wieder explodieren ne 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 auf Frieden nein keine Hallo Nein Frieden ist verboten was haben wir für Motorrad bitte gut ist ja geht so es die Welt nein 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 da hat mich auch gehört es gibt so nicht komm komm Windschatten Windschatten mit Schatten gib mir doch Windschatten ich hole gar ohne Windschatten ganz gut auf ihr bremst euch halt gegenseitig das ist so gut ja das ist gut für dich ich weiß auch ja ich hole ganz leicht wieder auf leicht das Ding ist wir machen eh noch 200 ich hoffe dass noch einer mehr kommt jetzt fickt der Windschatten ne geh weg seh ich gar nicht ein seh ich gar nicht ein seh ich gar nicht ein hör auf wie lange ist denn die Strecke nein oh Gott ja ich hab ah ja ich bin wieder da hallo nein ja ich bin zweiter äh erster zweiter dritter zweiter nein der Mike ne wenn du mich einmal wenn du mich einmal wegkickst ich rast so aus ja du bist gar erster natürlich muss ich nicht wegkicken ne irgendwie knapp wir einfach beieinander sind toll was ist das denn so ein Fallschirm ich muss aber dein Fallschirm muss denn selber machen ich werde zu verkacken das habe ich gar nicht gecheckt ja ich muss den Mike ein Fallschirm eigentlich kaputt machen jetzt ne warte nein er hat verkackt bitte hast du verkackt nein bitte ey wenn ich das jetzt nicht mehr schafft doch doch ich schaffte doch das ist scheiße man okay das ist gar echt lustig und spannend hey war damit nochmal oh nein jetzt müssen wir nein du hast mein Fallschirm als ob ich noch was ist jetzt als ob du erster bist ja als ob du erster bist komm Flo i bims hä lauf nein nein ich hab meinen Wildschirm ich hab meinen Fallschirm gefackackt wenn ich das jetzt nicht mehr schaffe dann bin ich um oh wie dumm ist das denn oh Gott ich bin 100 Jahre jetzt hinten vom letzten auf den ersten Platz ey wenn ich das jetzt nicht mehr schaff Flo ne ich bin nicht so um dann ist der Jan sogar noch vor mir ne okay ja ich bin erster zweiter vom letzten zum ersten weil ihr euch so bekriegt ey Junge der Jan war einfach dauert bei mir und jetzt ist er einfach mein letzter was das war absolut ja weil ich den Fallschirm sprung nicht gecheckt hab ich hab keine Ahnung wie das das war ein absolut spannendes hin ja okay dass du nicht dass du das selber machen musst ja das ist schade gewesen aber das war trotzdem absolut spannend wenn sich zwei streiten freut sich der Drecher das hast du jetzt nicht gesagt doch doch hab ich äh äh 12.000 das kann man mal machen passt schon Dicke alter was ist das hier ich schau aus wie so ein Geisteskranker kannst du nicht sorry jetzt hat er mal den Flo gekickt sorry ich wollte den Mike weg warte ich kick den Mike auch noch weg ja genau oder ey ja alles andere als schnell das fühlt sich mega langsam an Hilfe ich finde ihn eigentlich voll schnell ja weil das so eine große Map ist ich bin dagegen nein ich auch sehr gut ey was ne 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 so nicht Jens Dicke 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 was geht dir denn jetzt hier an aaaah was machst du denn alter Aaaaah Aaaaah was ist das es geht dir gar ab nein nein ah die 15 Überholmanöver ey Scheiße das ist gerade die ganze Zeit erster, zweiter, zweiter, erster geht weg ich hab auch 15 Überholmanöver oh Alter das geht jetzt so schief ja ich werde safe kick er mich weg bitte mach's gegenseitig ja ja mach's bei ihm ich hab dich gar nicht ich hab dich gar nicht ich hab dich gar nicht berührt Anna es ist ne Lüge oh 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 ich bin nicht dagegen geflogen ich hab dich fast grad Mike Mike Kapistik 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 ah du bist zu Kamer ich krieg den Jackpot nicht fuck ja Kamer äh 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 ich flieg halt voll steil nach unten was ist denn bei euch abgegangen Tja hm doch nicht ordentlich zerstörten ahaha ahaha 23.000 Geld du fliegst eh unter nein nein das ist Gelände hier ja und ein Gelände ey was machen wir grad das ist so traurig alter oh Flo ey pfff ok 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 jetzt gibt's drei jetzt gibt's drei jaja genau ich komme einfach rein ne ahaha was du bist einfach drin ja ich bin tot ach so ich hab's gar nicht gesehen so Leute jetzt veranstalten wir noch ein bisschen Chaos hier gegen die Bullen beziehungsweise gegen andere Leute wie die Autos hier wegfliegen ich liebe das ah so kann man schießen ich hab gar nicht gedacht auf alles klar klar das gilt sind auf jeden Fall wieder on point kennt man aus der letzten Folge komm Jan rausballern ja doch da steht einer auf der Straße glaube ich ja komm das ist alles im Haus einer steht auf der Straße bitte im Auto bitte im Auto nee da steht nicht im Auto unter und so wo ist mehr wo fährst du dagegen ich will den Kilnmond ja ich dachte ich da ist wie du das aus seinem Haus rausgekommen ist im Auto und jetzt fährst du runter oh ne oder oh ich fliege ich bin unterm Laster quasi ey deine Fahrerskills sind so behindert ne du kannst einfach kein Auto fahren das ist aber kein Auto das ist ein Laster ja kannst du auch nie komm Junge der ist über uns wir sind zu zweit glaube ich oh die jagen uns safe in die Luft die schießen auf uns ja ist egal komm Jan äh das ist ein Halie lololow oh ne gut damit würde ich sagen wäre dieser plan vorbei lassen wir doch da wenns euch gefallen hat haut rein bis dahin und ciao 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 Bis zum nächsten Mal.